Damit ein herzliches Willkommen zum Recap der aktuellen Fairy Tale Episode 195 oder auch von Season 2 Folge Episode 20 Mensch und Mensch, Drache und Drache, Mensch und Drache. Ein sehr, sehr langer Name, aber auch ein passender Name zu dem, was jetzt hier alles passiert ist, Leute. Wir stecken immer noch hier mitten im Fest des Drachenkönigs, wie es hier so schön heißt, wie es so schön heißt hier, Eclipse. Die Dachen sind immer noch einmarschiert und töten alles, was sich bewegt. Aber ich muss sagen, jetzt sieht es ja hier schon fast wieder ein bisschen positiv, ein bisschen, sage ich auch nur aus. Ja, die Folge beginnt erstmal hier, da es noch so einfach mal ankommt und den Flammen Atlas Drachen, glaube ich, ist er ja, Atlas Drachen, dass der gegen den Kämpfer Lachs ist und der Reiser Joe, was immer ganz cool ist. Ich mag immer, ich mag den immer kämpfen sehen, besonders halt Fried, ich mag Fried einfach. Fried ist immer so lustig, immer dieser Vollbad, dass wenn er so, wenn er irgendwo so da ist, immer so, ja, kein Ding. Und dann immer, wenn, wenn, ähm, Lachs ist, du bist so toll und weint immer so, deswegen liebe ich Fried, deswegen ist er so lustig. Die kämpfen zumindest hier gegen den Feuerdrachen und haben nicht so eine große Chance, obwohl hier Lachs ist der Dragon Slayer ist. Ähm, und schaffen es irgendwie gerade nur mal den hier irgendwie abzuwehren. Doch, dann kommt hier, äh, der, unser lieber netter Dragon Slayer des Feuers, der liebe nette Natsu und beste Szene, wirklich beste Szene einfach. Er kommt einfach und frisst ihn einfach. Er kommt einfach so von oben und das ist, ey, das ist wirklich der beste Satz seit irgendwie von Folge, weiß nicht, 20 oder so. Natsu, lass uns den Mond zerstören. Ist das der beste Satz? Was wirst du gegen mich tun, fragt so Atlas. Ich werde dich fressen. Um zu besser und verdeutlichen, Atlas ist so einfach ein Drache, der komplett aus Feuer besteht. Und, äh, ja, er, und dazu setzt sich einfach auf ihn oben drauf und frisst seine Flammen. Das ist so gut einfach. Ähm, und er schickt eben die Reiter und so, schickt er da eben dann los. Die liebe nette Wendy zu unterstützen, weil, naja, sie ist eben immer noch, auch wenn sie Dragon Slayer ist, ein kleines Kind. Und, ähm, nach einer Weile fragt der Atlas dann, wie kannst du das überhaupt machen, dass du meine Flammen hier frisst? Und er sagt hier, dass er der, äh, Sohn ihm von Ignil ist. Und, äh, dann kommt erstmal ein Cut und, äh, du weißt erstmal nicht so ganz was los ist. Äh, und, äh, ja. Ähm, es wechselt dann wieder hier zu der liebenden Lucy. Das, äh, sie hat ja, das war ja im letzten Part der Cliffhanger, dass hier die Lucy, äh, auf einmal das Tagebuch ihres Zukunfts-Ichs findet. Und es wurde ja dann gar nicht besprochen, äh, wird in der Folge dann auch gar nicht weiter besprochen, was da drin steht. Man sieht kurz die Szene, äh, dass die Lucy da liest, irgendwie ganz verblüfft aussieht und das war's. Finde ich ein bisschen schade. Wird wahrscheinlich dann aber in den nächsten, in den kommenden Folgen dann hier aufgeklärt. Dann, äh, siehst du wieder Roach, der sagt, ah, ich werde euch alle töten, blablabla, blablabla, blablabla. Ist das Ütypische. Und dann kommt einfach mal hier, äh, Atlas mit Natsu auf dem Rücken und greift einfach mal hier, äh, den liebenden Drachen inklusive Roach an. Sehr, sehr coole Szene, äh, weil, ähm, Ignis ja, der ist so der König der Flammendrachen und der Atlas sagt dann einfach, ja, ey, ich kann ja nicht einfach den, äh, Sohn von meinem, äh, Freund hier machen. Und dann sagt, sagt der Natsu, okay, Onkel, machen wir das. Der, der, der Atlas-Onkel, merkwürdig, egal, ähm, und die beiden bekämpfen sich dann erstmal und mit der Kraft eben von hier dem, äh, Höllenfeuer von, äh, Atlas kann nahezu erstmal hier den Drachen Motherglair, glaube ich heißt er, äh, von Roach bezwingen und der fliegt erstmal auf den Boden. Das war's eigentlich dann hier schon, Drache Nummer 1. Und dann kommt hier nochmal der König, der hier gezeigt wird, ähm, unser, der ganz zufällig Kabao gesagt hat, dieses, dieses super Wort, wir wissen alle, dass es unser Kürbiskopf ist. Ähm, also, dass der dann hier sagt, äh, Mensch kämpft gegen Mensch, Drache kämpft gegen Drache und, äh, Mensch gegen Drache. Ja, ähm, sagt er dann eben und dass es dann irgendwie nie wieder zurückkehren wird. Ähm, das ist natürlich ganz eigentlich interessant, weil es gab ja immer diese Mythen eben vom Fest des Drachenkönigs, gab's ja auch schon hier, also, abgesehen von dem, was jetzt hier geschehen ist, gibt es ja immer diesen Mythos, des Drachenmythos, wo dann der König des, äh, ähm, König der Drachen dann auf einmal erscheint, also, erscheint dann eben. Und, das würde ja, also, wenn sich so die Legende bewahrheitet, wird es ja heißen, dass im Endeffekt irgendwann mal, äh, am Ende des Kampfes dann Arknologier kommt und, naja, wieder alles weghaut. Und, das wäre natürlich kein Serbien. Dann kommt wirklich eine ganz schöne Szene, dass man eben hier nochmal, was ich immer mag, ähm, immer wenn irgend so eine Gilde irgendwie mit Fertil feiert ist und dann am Ende mögen sie sich alle wieder. Wisst schon, so, der Feind wird zum besten Freund, blablabla, kennt man ja. Äh, und da sieht man dann immer hier, ähm, sieht man ein paar von Sabertooth kämpfen, unter anderem natürlich hier dann den liebenden Rufus und der wird dann hier einfach mal, äh, kämpft dann hier mit seinen coolen Kräften. Wird, geht aber langsam die Magie aus und dann kommt der Grey und hilft ihm. Schöne Szene. Da natürlich, äh, sieht man dann sogar mal Fertil-Mitglieder kämpfen wie, oh mein Gott, Team Shadowgear. Ich musste sagen, ich, ich dachte immer, die können gar nicht kämpfen. Ich dachte, Jet kann eigentlich immer nur laufen und Droider kann einfach irgendwie gar nichts. Ah ja, aber die können doch nur kämpfen, hätte ich nicht gedacht. Und dann, muss ich sagen, einer, also, es ist einer meiner Lieblings-Fertil-Mitglieder, einfach mal so lustig ist, dann sieht man hier wieder die alten Klacker Macau und, äh, Oh, wer ist der andere? Ich, ich hab, ähm, ah, ich, ich vergesse die Leute immer. Macau ist aber der Coole, das ist der immer mit der, äh, Zigarette. Das ist immer voll lustig, weil man hat von dem insgesamt ein einziges Mal die Kämpfe, die bei den Kämpfen sehen. Und das war, ähm, Kampf gegen, ähm, Dingsda, gegen, äh, wie heißen die nochmal? Phantom Lord gegen diese Gilder-Avokage früher über. Und dann natürlich Macau, nee, Macau. Und wir sagen, ah, ich hab Namen vergessen, ah, Macau und Romeo sieht man kämpfen. Und dann, ich google das jetzt gerade, mir fällt nur gerade der Name nicht an, komm, Wakaba, Wakaba, so. Wakaba ist der coolste, weil Wakaba immer seine coole Zigarette hat. Und der hat so eine coole Rauchkraft hat. Und man sieht eben, bis er kämpft, denkt man auch irgendwie, die können aber nichts. Aber es ist ganz nett, die mal kämpfen zu sehen. So, dann sieht man Orga, der wird, äh, auch von Schur unterstützt, sieht man eben wieder hier, der Feind, äh, wird zum Freund dann. Und dann sieht man, äh, auch ein wenig den lieben, netten, äh, Sting kämpfen, der auch gegen einen Drachen natürlich kämpft. Trotz eines White-Drivers scheint er aber hier nicht eine gute Chance zu haben gegen den, er versucht gegen ihn zu kämpfen, doch der Drache hat nicht mal einen kleinen Kratzer. Und bei Roach sieht's eh nicht aus, doch bei Roach kommt da noch um, äh, kommt da noch um einiges dazu. Denn, äh, der Drache sagt ihm, dass du der Einzige bist, den ich nicht, äh, töten soll. Und das sind natürlich die Gründe dazu, dass, wenn der liebe nette Roach aus der jetzigen Zeit hier sterben würde, dass natürlich auch die Zukunft, äh, Roach hier sterben würde. Und im Endeffekt würde dann diese ganzen Geschehnisse hier, ähm, nicht passieren. Also mit der ganzen Drachengeschichte und sowas. Ganz interessant, oder, Leute? Ähm, und deshalb, deshalb, ähm, tut der Roach dann, ähm, wie gesagt, den Drachen die Befehle ergeben, dass er ihn nicht töten soll. Das ist alles dieses Zukunftsding und was, äh, Zukunftsveränderung, alles Back to the Future mäßig. Und dann stellt sogar ihm der Roach Schatten, schon wieder, und sagt ihm, dass ich du bin und dass du die Kraft haben wirst, die Drachen zu kontrollieren und die Welt zaubern. Ist das nicht cool für dich? Ey, willst du nicht die Welt erobern? Und der Roach, äh, ja, ist dann erstmal ganz verzweifelt und sagt, nee, ey, was ist denn das? Bin ich der, der alle vernichtet? Ja, ähm, und dann sieht man hier nochmal die, äh, das Versprechende, wo nahezu von Roach geschlagen worden ist, äh, dass er eben, dass sie dann, also, ja, da war ja Ultra und Meldi waren ja auch bei ihm und die haben dann darüber gesprochen, was machen wir, hey, wenn Roach so stark wird, wäre es dann nicht einfach am leichtesten, wenn wir jetzt Roach töten würden, bevor er so stark wird. Und sie sagen dann eben hier einfach mal ganz locker und geschwind, hey, lass uns Roach töten. Aber der Nazi sagt natürlich, ey, das dürfte nicht, wir machen sowas nicht. Und die letzte Szene der Folge, ja, äh, da sieht man dann die Ultime, wie sie eben den Roach beobachtet, wie er da verzweifelt am Boden hockt und, äh, verzweifelt ist, dass er das alles irgendwie beeinflusst hat. Und sie sagt, ey, es ist eine Katastrophe, es wird nicht gut enden, was sollen wir machen? Und dann sagt sie, das Einzige, was man machen kann, ist Roach umzubringen. Und damit hört die Folge auf, Leute. Ah, Leute, das hört sich ja schon wieder alles so, so negativ an. Ich muss sagen, eine Folge, die mir im Endeffekt gerade gut gefallen hat, war, ähm, das, äh, ein Gedanke, den ich eigentlich auch schon immer hatte, einfach, äh, dass das ja im Endeffekt die simpelste Idee wäre, einfach Roach zu eliminieren, dass die hier, genau, also, dass das hier angeführt worden ist. Äh, fand ich eigentlich ganz interessant, Leute, dass das jetzt auch ein Thema ist. War immer sowas, wo ich eigentlich dran gedacht habe. Und ich bin ganz gespannt, wie sie das, äh, was sie jetzt hier als nächstes machen. Das ist halt echt gerade das Schöne an dem, äh, ich meine, Damo to Embo war hammergeil, wissen wir alle. War, pff, eins der besten, vielleicht sogar das Fest, ne, Tendroji war noch ein bisschen besser. Aber von den Kapiteln eben hier, äh, war es einfach am besten mit, äh, mit Tendroji eben, wo da alle stehen. Ja, und, ähm, 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 ich muss aber sagen, im Endeffekt war Damo to Embo halt im Endeffekt sehr, du konntest halt alles voraussehen, Leute. Du wusstest, dass die letzte Konferenzation die vier Drachen war. Das konntest du nach der ersten Folge sagen, wo sie, äh, wo Natsu, äh, hier Sting und Roach getroffen hat. Du wusstest, dass Fairytale am Ende gewinnen wird. Du wusstest nach einer Weile, dass Chura gegen, äh, ähm, Dingsda, gegen, ähm, gegen, ähm, Chura gegen, äh, Laxis kämpfen wird. Du wusstest, dass er, dass er gegen Karugura kämpfen wird. Es war alles so voraussehen, es war nicht schlecht, das würde ich gar nicht sagen, es war, es, es war hammermäßig. Aber ich meine, es war im Endeffekt, wusstest du, was geschehen wird. Und hier fand ich halt sehr schön, dass ich jetzt echt nicht weiß, was so jetzt geschehen wird, Leute. Was passiert ist? Es ist alles Chaos, es ist alles schlimm. Wer weiß, was als nächstes passieren wird. Und das gefällt mir echt gerade gut an der Folge hier. So, Leute, wir sehen uns dann, würde ich sagen, nächsten Samstag einfach mal wieder hier mit, äh, Sin and Sacrifice. Wahrscheinlich Sünde und Opfer, würde ich jetzt mal sagen, übersetzt man das hier einfach schön. Ähm, und ja, dann würde ich sagen, haut rein. Bis nächste Woche, euer Damsimhafix. Tschau.